hier steht gar keine. standen hier früh endlich mal NPCs, die irgendwas gezeigt haben. Reparaturen, Dorfbewohner, hm, vielleicht haben die das ja geändert. Man weiß es hier nicht. Soll es denn die hier toll ist? Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, hallo, grüß euch, sitz hier oben, ne, kann ich helfen, bist du gefallen, bist du gestürzt, hallo, hallo, vielleicht sollte ich das begrüßen auf irgendeine Taste machen, die ich nicht brauche, was brauche ich denn nicht, eher brauche ich nicht, warte, äh, Optionen, Tastatur, Autorun, brauchen wir nicht, Autorun, ausweichen, V, ja, das ist okay, springen, gehen, haben wir standardmäßig dahin, hat er nicht angenommen, auch nicht schlimm, so, annehmen, ähm, was wollte ich jetzt machen, achso, mit jemandem reden, Dialog, Dialog, Gellendialog, Pvp-Punkte, Gruppendialog, alter, Chat-Anwort, Chat-Befehl, freie Kamera, normales Screenshot, Chat-Karte öffnen, sonstiges, Plündern in der Umgebung, Interagieren, ähm, nein, ja, ist okay, Interagieren machen wir mal einfach auf G, so, ach, der Stein im Stiefel bringt mich um, steh das Kartenspiel heute Abend noch, von mir aus, aber ich muss erst das Gedicht hier fertig kriegen, meine Liebe ist wie ein, was reimt sich auf Bogenschütze, was hat er gesagt, irgendwas mit Liebe, was reimt sich auf Bogenschütze, ich hätte jetzt Samengrütze fast gesagt, aber das ist, glaube ich, nicht, äh, das Richtige, ah, achso, dann haben wir den neuen Punkt, okay, neus Event in der Nähe, helft uns, wenn wir das Feuer nicht löschen, sind wir ruiniert, wie lösche ich das Feuer, was ist das hier, in so einem Wurmgedöns, pflegen, okay, dann pflegen wir das mal, weiß man nicht, ob das was bringt, aber wir machen es einfach mal, ich danke euch, meine Kühe auch, und jeder, der Fleisch isst oder Milch trinkt, dankt euch, ich weiß zwar nicht, was ich getan habe, aber, hier haben wir noch ein paar Pflanzen, nehmen wir auch noch mit, komm, rette die Pflanzen, dann werden wir halt, Bauerdrehwerk, schön die Pflanzen aufrechten, die einer kaputt trampeln, platt machen, ping, 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 nee, göck, gastiges Biest, sind harte Zeiten, man muss ja schließlich essen, was war das jetzt für ein Event, ich hab keine Ahnung, ich fuhr verpasst vermutlich, los, töte ihn, oh, der hat mich geheilt, naja gut, war bestimmt total sinnvoll, dass ich mich geheilt habe, hier haben wir noch so ein komisches Loch, da, 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 töten, töten, töte sie, warum sucht er denn, muss er weiter raus, da, 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 hier ist nix, hier haben wir noch was, raus, komm raus, du Wurm, Wurm, und, noch ein Wurm, Wurm, wenn ich das richtig sehe, müssen wir die tot machen, dann fühlt sich hier das Herz, so, hier kann man das auch sehen, durchsuchen, mhm, Wie weit wohl diese Reichweite ist, dass man die, ähm... Äh, okay. Ich tanze mit der Kuh und kriege dafür Erfahrung. So, jetzt haben wir hier ein Herzchen. Wenn ich mich recht erinnere, kann man da die junge Frau ansprechen. Hab euch gar nicht gesehen. Hallo. Habt Dank für eure Hilfe. Ich weiß nicht, wie wir... Was wir ohne euch getan hätten. Die ganze Arbeit hat Lust auf Abenteuer gemacht. Wo soll ich als nächstes hin? Die Fischerbrüder Justin und Travis beschweren sich immer über Linnwürmer. Vielleicht könnt ihr ihnen helfen. Vielleicht eine Belohnung. Aber sicher, seht... Hier, seht mal nach, ob euch etwas davon zusagt. Ah, da kann man dann Sachen kaufen. Okay, Leibbrot. Das ist Bufffood. Was ist das hier? Edel. Wer hat dir gedacht, dass wir immer Zähne haben? Tja, wer hat dir das gedacht? Vitalität. Wohnt sich das zu kaufen? Ich hab keine Ahnung. Fangs an. Komm, packen wir das mal weg. Fangs an. Aber ich weiß ja nicht, ob ich, äh... Buchhöfe machen werde. Erstmal packen wir das weg. Was ist das hier? Sichere Reise. Ich wollte euch nur rasch für eure Hilfe in den Weizenfeldern danken. Tja, boh und ich wissen es wirklich zu schätzen. Es ist heutzutage ganz schön schwer, etwas Erstbares auf den Tisch zu bringen. Und was ihr getan habt, wird viele satt zufrieden machen. Händler freischalten. Anheben. Wir erhalten irgendwelche Punkte und Erfahrungspunkte. Na gut. Hälft den Fächern am Fluss. Machen wir. Und doch. Na? Wie kann ich helfen? Wie geht es den Seraphen? Wegen der Belastung durch Banditen, Setauron und der üblichen Verbrechen ist unsere Personaldecke sehr dünn geworden. Gab es doch etwas anderes? Ich würde euch gerne noch etwas anderes fragen. Wie schlimm ist die Lage mit den Banditen? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wo bleibt bitte der Spaß? Spaß bedeutet sein schwer verdientes Geld ausgeben zu können. Merkt euch das. Genau. Merkt ihr das? Wir halten durch, aber wir haben nicht genug Truppen und Ressourcen, um einen starken Gegenangriff zu starten. Im Augenblick können wir nur gerade die Stellung halten. Wie können sich die Banditen euch widersetzen? Ihr seid das Gesetz. Unter den Seraphen wird immer noch gestritten. Ich glaube, dass die Banditen ihren Hintermann in Götterfels haben. Vermutet ihr? Was vermutet ihr? Sie werden von jemandem mit viel Einfluss unterstützt. Sie sind organisiert, gut ausgerüstet und wohl informiert. Sie wissen Dinge, die sie nicht wissen sollten. Ich weiß, das hätte einfach nicht... Nee, frech wollen wir nicht werden. Ihr macht das Beste aus dem, was ihr habt. Und genau das zeichnet einen guten Anführer aus. Ich danke euch. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Aber mit den Centauren auf der einen und den Banditen auf der anderen Seite ist das alles, was wir tun können, um den Frieden zu wahren. Hier geht euren Truppen mit gutem Beispiel voraus. Macht weiter so einen schönen Tag wünsche ich. Ah, hier, Streberdrehwerk. Erstmal wieder einschleimen bei den Leuten. Ah, na, Würmchen? Machst du ein Nickaschen? Was müssen wir denn hier überhaupt machen? Da ist ne Mama. Oh, da war ne Mama. Warnung, Brutmutter. Okay. Überprüft die Fallen auf feindliche Kreaturen und zerstört Linnwürmer. Töte Linnwürmer und Skale im Flut. Okay. Ich geh dann mal. Hallo. Ich liebe ja Fisch, aber gegen den Linnwürmer-Geberg hätte ich auch nichts einzuwenden. Warum sagt ihr das? Tja, ich liebe einfach Freude des Fischens. Problematisch ist nur, dass die Linnwürmer den besten Fangen vertreiben. Das macht mich so wütend, dass ich sie alle bei lebendigen Leiben grillen und Großgelage schmeißen könnte. Frische Kebabs für alle. Wer sollte das tun? Wundwürdig ja, aber ich habe Geschichten über Linnwürmer und Brutmütter gehört, die aus Wasser kommen und alles verschlingen, was sie in die Klauen bekommen. Angeblich aus Rache. Solche Wut will ich aber nichts... Was? Solche Wut will ich aber nicht gegen mich gerichtet sehen. Danke für die Auskunft. Geht wohl. Ich geh dann mal. Moin, Chichi. Das sind also Füßlempömer. Jetzt einsammeln. Und... Dicke Attacke. Noch ein paar Eier. Okay. Glaseier. Hey, das ist über mir. Los. Spürb. Noch ein Glas Eier. Glaseier und Linnwürmer. Persönliche Bank. Was man das mitnehmen kann. Los, stirb du. Fischgesichtiger Hund. Einer... Befreudigen Mutter. Noch Käfige? Auch keine Jungen töten. Das ist doch ein Film. Naja. Was sein muss, muss sein, wa? Jungen werden auch irgendwann groß. Und dann sind sie auch böse. Wirklich. Und wir hätten noch irgendwas. Brachwasserskale. Ist ja hübsch hier. Hallo. Hallo. Hier brauchen wir, müssen wir gar nicht hin. Wundertliche EESL-Finalrunde. Oh. Da waren wir schon außerhalb von dem Herzchen. Na gut. Machen wir hier noch ein bisschen die... ...heulen Kisten. Schiff aufstecken. Machen wir das denn fertig? Oder sieht so aus? Okay. Was haben wir denn hier? Belohnung der Stufe 3. Inventar. Gegenstände wie Taschenwaffenrüstung können ausgerüstet werden. Öffnet euer Inventar mit I. Und macht einen Doppelklick auf die Ausrüstung, um sie anzulegen. Spieler gegen Spieler. Nehmt im PvP Team Kampf Eroberungspunkte ein. Besiegt eure Gegner und erhaltet Belohnung. Klickt auf das Symbol mit den kreuzen Schwertern im oberen linken Ecke des Bildschirms, um im PvP zu gelangen. Dadurch zeigt die Stufe eures Charakters auf die Dauer des Kampfes. Steigt. Nicht zeigt. Steigt die Stufe eures Charakters auf die Dauer des Kampfes automatisch auf Stufe 80. Belohnung. Niederbeutel. Willkommen in der Stufe. Ja, das haben wir ja schon. Was haben wir hier? Wegen euch habe ich heute einen ganzen Eimer Lungusten fangen können. Das erscheint euch vielleicht nicht viel, aber die Lymphömer und die Skala haben. Mein Bruder und mir kaum was übrig gelassen. Aber dank eurer Hilfe wird jetzt alles besser für mich. Wird alles besser. Für mich gehört ihr wirklich zu den Helden. Ein paar Münzen, ein bisschen Karma. Händler freigeschaltet. Händler freigeschaltet. Fischer Travis. Fischer Travis. Münzen zur Abholung. Was ist denn für Münzen zur Abholung? Ja, vermutlich habe ich irgendwann mal was mit einem anderen Schaf verkauft oder so. Wirklich. Wo ist das Herzchen? Da werden wir nochmal hingehen. Gucken was er verkauft. Wenn er was Schickes verkauft, können wir was mitnehmen. Hallo. Hallo, ihr da. Willkommen zurück. Ihr seid gekommen, um es noch mehr Lymphömer aufzunehmen. Ich muss schon sagen, ihr habt da ziemlich beeindruckend aufzurechnen gelegt. Ehrlich gesagt möchte ich eure Waren sehen. Die Lymphömer hätten mich sicher ein, zwei Finger gekostet, wenn ihr nicht gewissen werdet. Schaut euch nur um. Heilkraft. Wollen wir auch nicht. Glaube ich. Nun gehabt gegen Moral. Was müssen wir denn hier machen? Stopp Flex. Findet Erdelementare und besiegt die Gefahren. Okay. Korken rein. Ui. Die Materialchen will mich holen. Aha. Na dann. Wenn sie da Spaß dran hat. Erwachen der Elementar. Komm schon, du Elementar-Monster. Nix kannst du. Kann man da irgendwie hoch? Ups. Hüps, 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 hüps. Oh, hier kommt man hoch. Nur. Hab ich davon nix. Außer, ein schicken Ausblick. Hüpsch, hüpsch. Na gut. Kommen wir vielleicht noch höher? Das hat mir noch gefehlt. Bei diesen ganzen Störungen werden wir nie fertig. Was? Hä? Ich habe schon wieder was gekriegt. Bronze. Was auch immer Bronze bedeutet. Bedeutet Bronze. War bestimmt wieder irgendein Event, was ich verpasst habe, weil ich es nicht gereilt habe. Pff. Ah. Menno. Lass mich doch da. Opa. Ja, ist okay. Jetzt sieht alles frei aus. Die Arpien wurden ausgeschaltet. Das ist ja super. Echt? Außerdem, lahme Witze sind auch cool. Ich mag lahme Witze. So. Opa. Das ist ja. Hier haben wir noch ein paar Korken. Oh, das ist halt so. Das ist ja nicht anklicken können. Litt. Ähm. Ja. War ja sehr sinnvoll. Wir springen erstmal dahin, wo kein Gegner ist. Oh, guck mal. Da hinten ist irgendwie eine Karte. Eine Karte. Wie kommen wir hier dahin? Huhuhu, das war knapp. Ah, es war knapp. Und jetzt können wir uns was ansehen. Ah, ein bisschen Aussicht. Das Königinental. Das sieht aus wie ein Staudamm oder sowas. Was haben wir hier? Bäume. Orangenbäume oder so. Okay, da gibt es auch Erfahrungen. Was ist das hier? Täglich Aussichtspunkt. Genieße von Krypta. Belohnung. Todes Helm. Zum öffnen Doppelklick enthält eine Ampule flüssiges Karma und eine Schrift der Erfahrung. Okay. Das sieht wertvoll aus. Beutel. Banditen greifen wieder das Pumpenhaus an. Ihr klingt überrascht. Doppelklick gewährt ein wenig Erfahrung. Taucht beim Jani in Löwenschein 20 Schriften gegen einen Verlierenden des Wissens ein. Okay. Zum benutzten Doppelklicken. Zum Erhalt von Karma Doppelklicken. Aha. Na gut.